Wir kommen jetzt zur letzten Projektpräsentation unseres Symposiums und Matthias Schwabe wird uns jetzt im Folgenden die Familienkonzerte des Ensembles Sarotti Instant vorstellen. Da gibt es noch mal einiges zu sehen und zu hören. Das Ensemble Sarotti Instant widmet sich seit 2007 der freien Improvisation und es hat aber auch im Laufe der Jahre sechs Konzerte für die ganze Familie gemacht. Was diese Konzerte ausmacht, was da passiert, das wird uns jetzt Matthias etwas genauer zeigen und erklären. Genau. Ja, Familienkonzerte gab es tatsächlich von dem Ensemble Sarotti Instant seit 2015. Sarotti Instant ist ein Ensemble, was 2007 entstanden ist, sich eigentlich der freien Improvisation widmet, aber es waren schon immer mehrere Leute im Ensemble, die musikpädagogisch tätig sind. Und daraus entstand die Idee, die kam sogar ganz konkret von Elisabeth Zündel, die hier auch im Exploratorium diverse Workshops schon angeboten hat. Wir sollten mal Konzerte machen, die sich speziell an Kinder richten und wo wir versuchen, Kindern das zu vermitteln, was wir tun. Ja, den Programmflyer sieht man hier, gewöhnliche Dinge, ungewöhnliche Klänge, Konzert für die ganze Familie. Das war natürlich auch ein bisschen Konzept. Wir haben in dem Fall tatsächlich ein Konzert 2019, der Schaubude Berlin, anlässlich des Festivals der Dinge gemacht. Deswegen hieß dann damals das Konzert gewöhnliche Dinge, ungewöhnliche Klänge. Vorher hatte es ein bisschen anderen Namen, der allerdings auch ziemlich ähnlich war. Und Zielgruppe war eigentlich in erster Linie Grundschulalter. Man kann natürlich, wenn man ein Gräser macht, also nicht sowohl die 18-Jährigen als auch die 3-Jährigen einbeziehen. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass bei dem, was wir tun, auch wenn wir uns an die Grundschüler jetzt richten, die Kleinen eigentlich mitmachen können, die Jüngeren, die Erwachsenen, die Eltern haben da eh nicht. Also die kamen unten am Grundschulalter und die haben da noch kleinere Geschwister dabei gehabt. Und die konnten aber auch irgendwie mitgucken und hatten da auch den Spaß dran. Das war eigentlich kein wirkliches Problem. Ich bitte mal auf den Mann mit dem weißen Hemd und seinen Sohn im roten Hemd zurück. Ich erzähle vielleicht trotzdem die Ausgangssituation. Das ist natürlich im Exploratorium, sieht man ja, wir waren nicht zu sehen, weil wir waren hinter den verschiedenen Türen. Wir haben hier ja sehr viele Türen, wir waren glaube ich 6 Personen oder 7, ich weiß nicht mehr genau, und waren erst mal hinter den Türen versteckt, so dass man nur Klänge hörte aus verschiedenen Richtungen, aber nichts sah. So, jetzt gucken wir einfach mal rein, was da passiert. So, jetzt geht es jetzt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik Musik Gut, also was man sieht, ist übrigens, dass nicht so wahnsinnig viele Kinder da waren. Es ist schade, wir haben leider damals auch noch nicht so ganz unsere Abteilung gehabt, deswegen haben sie ziemlich viele Erwachsene, die aber auch nicht den Spaß hatten. Aber was vielleicht daran zu bemerken ist erstmal, es war ein ganz normales Konzert mit experimenteller Musik, wie wir das auch für Erwachsenen gemacht haben. Also wir haben es nicht irgendwie versucht, für Kinder, die für Tipps übrigens irgendwie was machen, was von der Musik her anspruchslos ist oder sonst was. Im Gegenteil, wir sind eigentlich der Meinung, dass Kinder mit der Musik sowieso mehr anfangen können oder leichter Zugang haben, weil sie noch nicht so sehr andere Gewohnheiten haben. Der Clou war in dem Fall, man hat es an den Klängen gesehen, das ist natürlich die Überraschung, weil es überall herkommt und dann hat man plötzlich was gesehen und dann kommt die Dame und hat so eine komische Klärschaufel, auf die sie spielt und die anderen haben zwar normale Instrumente, aber sozusagen dieses Erlebnis, dass der Raum sich plötzlich füllt und dass man erst die nicht sieht und dann sieht man sie doch und was ist da. Und sozusagen etwas, was eigentlich für ein Konzert durchaus auch, wenn es nicht ungewöhnlich wäre, das könnte man in jedem anderen Konzert auch so machen. Das war jetzt erst mal schon als Einstieg gedacht, ja, um es auch spannend zu machen und mehr Aufmerksamkeit zu decken. Ich schalte jetzt mal zu einem anderen Konzert um. Das ist jetzt das, was in der Schaubude war. Da haben wir eigentlich das gleiche Anfangsstück gemacht, das war nur dann ein bisschen schwieriger zu dokumentieren, weil es ein großer Raum ist mit einer Ruckastenbühne. Jetzt kommt gleich etwas sehr Langes, wo viel Gesprächsanteil dabei ist. Das ist aber auch wichtig, weil gut genommen ging es dann los, damit mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Das war insofern da nicht so ganz einfach, weil wir eine Bühne hatten und das Publikum saß woanders und war dunkel. Das ist nicht immer angenehmer. Also wenn man quasi direkt mit den Kindern in Kontakt ist und sie direkt ansprechen kann, das sieht man jetzt hier gleich. Jetzt ist also viel Reden und wenig Musik, aber das lässt sich trotzdem einfach mal laufen. So, herzlich willkommen. Wir sind das Ensemble Sarotti Instant und wir machen heute ein Konzert für euch. Ich glaube, viele Kinder, ich sehe es nicht so genau, aber ich glaube, einige sind da. Konzert für die ganze Familie. Aber ihr habt vielleicht schon gemerkt, unsere Musik klingt irgendwie so ein bisschen anders, als normale Musik klingt, oder? Nicht das, was man hört, wenn man Radio anschaltet. Und dann fragt man sich manchmal, warum machen die so schräge Klänge und nicht das, was man normalerweise hört. Und wir versuchen das jetzt mal in einem Spiel, was wir jetzt mit euch machen wollen, ein bisschen zu erklären, was wir eigentlich machen. Ja, ich habe hier ein paar Pappen und da stehen Begriffe drauf. Diese Begriffe sind Landschaften. Ich lese es mal vor. Da ist die Tiefsee. Da ist die Müllhalde. Da ist die verlassene Stadt. Da ist die Arktis. Und das muss ich nochmal erklären, die Arktis. Sie wissen wahrscheinlich nicht alle, was die Arktis ist. Kann jemand erklären, was die Arktis ist? Wisst ihr, wo der Nordpol ist? Jedenfalls ist es kalt. Schneelandschaft, kalt, große Eisblöcke. Ich weiß, wo der Nordpol ist. Na, vor allen Dingen, wie es sich da anfühlt. Es ist kalt, Schnee, große Eisbrocken. Manchmal bricht auch so große Eisbrocken ab. Und ganz kaltes Wasser. Und Eisrohlinge. Ja, super, genau. Aber das Eis kann schmützen, weil es jetzt so viele Autos gibt. Ja, 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 ja. Ihr seid genau auf der richtigen Spur. Ne, das ist aber prima. Das ist wunderbar. Nein, 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 nein. Wunderbar, alles genau. Das ist witzig, dass man sich in der Kleine viel plötzlich dran zu reden. Dann kommt seine Mutter aus der zweiten Reihe, die saß woanders. Schnellt sie ihm vor, um ihn zu stoppen, weil sie den Eindruck hat. Der Junge stört, ja. Und dann muss sie sie machen. Deswegen sage ich, nein, 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 das ist gut. Finde ich auch so. Sie waren natürlich gut gemeint von mir, aber schlecht gemacht. Weil ich wollte ja gerade, dass die Kinder auch was sagen. Und sie hat nur gedacht, das Kind stört. Finde ich schon erstmal eine interessante Reaktion, die leider auch oft aufträgt. Dass Eltern Angst haben, dass ihre Kinder was falsch machen. Und das wollen sie auch nicht versuchen zu unterbinden. Man sieht es nicht richtig auf dem... Deswegen hätte ich jetzt mal mehr. Richtig. Nein, wir müssen darüber reden, weil wir wollen, dass sie es gleich musikalisch darstellen. Und wie ist denn das mit der Arktis? Wie stellt man denn sowas musikalisch dar? Was stellt man denn da dar? Das klingt ja nicht. Die Arktis macht ja nicht irgendwie Tralala oder sowas. Wüste, die klingt doch nicht. Wie kann man das darstellen? Was ist denn bei der Wüste? Die Wüste ist zum Beispiel heiß. 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 Heiß ist die Wüste. Heiß. Das Licht ist ganz grell. Wer weiß noch was zur Wüste? Da brauchen auch Menschen so ein Tuch um. Ja, die machen manchmal ein Tuch, damit sie besser atmen können. Weil die Luft so heiß ist, deswegen haben wir das Tuch um. Genau. Und wir werden nachher versuchen, diese Begriffe darzustellen. Ihr sollt raten, welche wir dargestellt haben. Aber, weil wir eben lauter Begriffe genommen haben, die nicht von alleine klingen. Jetzt kommt auch die Blumenwiese. Na ja, der summt es manchmal ein bisschen. Aber wir würden das nicht zum Summen machen. Und hier ist der Dschungel. Da gibt es natürlich auch alles Mögliche an Tierlauten. Aber wir würden auch da nicht versuchen, die Tierlaute zu machen. Sondern beim Dschungel vielleicht eher, wie bunt der ist. Und zügig. Ein Dschungel kann auch ein Schatz sein. Ein Schatz könnte sein. Aber es hat noch einiges an gefährlichen Tieren, ehrlich gesagt, im Dschungel. Der ist auch ein bisschen gefährlich. Ja, wie gesagt, die klingen nicht von alleine. Sondern wir versuchen mehr so die Dinge, die eigentlich nicht klingen. Mühlhalde. Ich glaube, wenn ich die Mühlhalde darstellen müsste, würde ich versuchen, wirklich einen Klang machen, der so ein bisschen riecht. Oder vielleicht würde man auch so, Mühlhalde ist auch voll mit lauter, vielen verschiedenen Sachen, die ziemlich bunt sind. Könnte auch sein. Tiefsee. Ganz tief unten, ja. Es ist dunkel. Aber in der Tiefsee hat es ganz tolle Fische. Die sind so, also die leuchten selber. Siehen aber so ein bisschen aus wie kleine Monster. Das ist ganz interessant, ja. Also tief unten kleine Monsterfische. Das können wir in der Tiefsee sein. Verlassene Stadt. Ganz einsam. Und wie gesagt, die Arbeit ist. So. Jetzt machen wir Folgendes. Ich mische diese Karten. Und jemand von euch darf ziehen. Aber nicht drauf gucken. Denn ihr sollt ja gar nicht wissen, welchen Begriff wir spielen. Den sehen erst mal nur wir. Und wir spielen den dann. Und ihr sollt raten, welchen wir gespielt haben. Alles klar? So. Magst du ihn ziehen? Nee. Aber du magst ziehen. Gibst zu. Aber nicht drauf gucken. Das ist wichtig. Okay. Ah. So. Okay. Wir machen das jetzt so. Ich lege die hier hin. Und den anderen zeige ich jetzt nur meiner Gruppe. Weil die müssen ja wissen, was wir spielen. Und wir zeigen euch den dann nachher. Das ist ganz klar. Das sind die nicht drin. Und dann spielen wir das hier. So. Alles klar? Das ist ganz klar. Musik 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 Also, ich lese nochmal vor. Also, Tiefsee, Blumenwiese, Arktis, Müllhalde, Wüste, Verlassene Stadt. Wer hat einen Vorschlag? Du hast einen Vorschlag. Verlassene Stadt. Verlassene Stadt? Kannst du einen Grund dafür sagen? Nee? Okay, einfach so. Arktis. Arktis? Ich habe gedacht, am Anfang hat man so Eisenglöcke sich bewegen sollen und dann war auch einer Hoppe oder sowas, was laut geknischt hat. Okay, ich wollte nur sagen, wir versuchen schon mehr so die Gesamtatmosphäre und nicht die Einzelteile zu übersetzen, sondern mehr so, aber natürlich setzt sich das auch aus einem Zusammenplan. Ja, zurück. Ähm, Tiefsee. Tiefsee? Also, Tiefsee. Dann habe ich irgendwie einen Silberflasen, weil ich irgendwas... Wasserpumpen? Ja, Wasser. Wasserpumpen. Aber ich würde mich so... Die waren so runter, wie ich runtergekommen bin. An einer Stelle war es so. Ah, okay. Und das war dann die Tiefsee oder was? Ja. Okay. Die man so kreiert oder was? Und ich habe gerade ein... 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 ein Genom. Ja, ja, ja. Und für was könnte das gewesen sein? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ist okay, oder? Okay, also wie gesagt, es geht eher so um die Gesamtatmosphäre und weniger jetzt darum, jetzt einzelne Dinge zu identifizieren. Ja? Noch andere Roten? Aber das haben wir ja schon einige, wir können auch schon wieder Nachstimmung machen. Du schreckst den Finger hoch, ist das so? Nee, Sie. Nee. Danke. Oder ist das immer so? Okay. Alles gut. Alles klar. Na gut, also dann machen wir doch jetzt einfach mal die Abstimmung. Wer ist für die Tiefsee? Tiefsee. Tiefsee. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Ha! Einer mehr? Gut. Wer ist für die verlassenen Stadt? Eins, zwei, drei, fünf, zehn. Der passt sehr genau auf. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf. Boah! Zwölf zu elf, zu zehn. Diesmal hat Leiter nicht... Ich versage nicht. Das ist ein Nuss. Knappes Ergebnis. Dabei wollten wir doch so eindeutig spielen, dass es jeder hört. Na gut, der wird noch nicht. Ja, gut. Hier wird viel geredet und gar nicht so arg viel Musik gemacht. Ich finde das trotzdem wichtig, weil wir sozusagen versuchen, mit dem Bild zu erarbeiten und mit dem Bild zu erklären, was wir eine Art von Musik machen. Wurde jetzt zwar auch nicht eindeutig erraten, ich hätte es auch nicht erraten, das ist ja, das ist ehrlich gesagt, schlubbe. Es geht eigentlich eher darum, diese Landschaften als Bild zu haben, was Musik sein kann. Also beim Andermann haben wir auch mit Kunst, das im 20. Jahrhundert gearbeitet und sowas. Dann kommen gar nicht so Fragen, wie wir sie zum Beispiel haben, nach dem Konzert am Freitag hatten, wo jemand fragte, warum spielt der eigentlich keine Skala und keine Melodie? Die Frage ist, ob er es geht. Aber die hat sich dann beantwortet, wobei eine Melodie könnte bei der Landschaft auch vorkommen, aber es ist nicht das, worum es geht. Und Landschaften finde ich deswegen gut, ich arbeite im Workshop mit Landschaften, weil eine Landschaft sehr viele Einzelnelemente enthält. Also man kann sehr viele verschiedene Dinge machen, die aber trotzdem durch das gemeinsame Bild zusammengehalten werden. Also es ist für mich eigentlich eher so ein Bild für eine Struktur, für eine heterogene Struktur, der für die unterschiedlichen Elemente vorkommt, die aber trotzdem ein Bild gibt. Und wie weit das tatsächlich ankommt, ist immer schwer zu sagen. Ich habe mich gemerkt, beim Laden, dann hat die eine gesagt, das sind die Erwachsenen, ich habe Verorbe gehört. Also es ist oft so, dass sich da ein einzelner Pferdler vielleicht auch gemerkt, ich habe dann auch immer versucht zu sagen, wir gehen jetzt geht uns um das Ganze und darauf hinzuweisen. Aber es ist letztlich natürlich in so einer Konzertsituation kann man das auch nicht halt zu sehr vertiefen, also da ist man auch eine gewisse Ohrfächigkeit angewiesen. Wir haben trotzdem natürlich gute Erfahrungen gemacht, dass es Höhren erreicht wird. Also das ist sozusagen der zweite Schritt. Die Teilnahme ist natürlich eine Teilnahme, indem man eine Aufgabe gestellt bekommt, was soll das sein und auf die Weise auch anders zuhört. Und ehrlich gesagt ist das Thema Verbalisierung von Musik finde ich eigentlich auch ganz interessant. Warum ist es das, wie erkläre ich, dass es die Landschaft ist und nicht eine andere, also zu versuchen, Worte zu finden und sie zu beschreiben. Wir sind dann eigentlich auch in fast jedem dieser Konzerte, wir haben als nächsten Programmpunkt was gemacht, dass man einfach alle ins Komponente waren einzeln wird, für uns so eine Solo-Runde. Ich deute das einmal hier kurz an, manchmal nicht lang, oder einfach, wie sie in einen Runde vertreten. Ich deute das einmal hier kurz an, manchmal nicht lang, oder einfach, wie sie in einen Runde vertreten. Ich deute das einmal hier kurz an, manchmal nicht lang, oder einfach, wie sie in einen Runde vertreten. Ich deute das einmal hier kurz an, manchmal, aber es ist egal, wie sie in den Runde vertreten, wie sie in einen Runde vertreten. hat dann mit den Kindern das besprochen nochmal, kennt ihr die Namen und ach ja, das hat unsere Namen vorgestellt, haben den Instrument ein bisschen was erzählt. Das fanden wir richtig, dass sozusagen aus diesem Komplex von, jetzt hat man ganz vieles gesehen, die Zusammenklänge gehört und die Zusammenklänge gehört, dass man die auch nochmal einzeln hören, sehr einzeln unterscheiden kann. Dann, ich glaube, das ist jetzt auch bei meiner Ansage drauf, haben wir eigentlich in so ziemlich jedem Stück, in dem Konzert ein Materialstück drin gehabt, wo wir ohne normale Instrumente gearbeitet haben, sondern ein Steinmaterial vorgenommen haben. Das werden wir gleich sehen hier. Musik 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 Vielen Dank. 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 Und dann waren noch ein paar Kleine dabei, die waren einfach nur dabei und haben es genossen, dabei zu sein, warum auch immer. Die haben natürlich nicht wirklich teilgenommen. Es ist bei uns dann auch irgendwie klar, dass die Grundschulkinder die Kinder sind, auf die wir uns auch fokussieren. Also das Grundschulalter, das ja in Berlin bis in die 6. Klasse geht, ist eigentlich das Eindruck, auf das wir uns fokussieren können. Und für das wir das so richtig ausrichten. Die anderen können mitmachen, die Kleinen, aber wir können dabei sein. Das hat ihnen auch Spaß gemacht, wenn sie dabei waren. Das haben wir schon mitgekriegt, aber die haben sich nicht getraut, nach vorne zu kommen oder sowas. Das erwarten wir noch. Ja, sonst machen wir wieder eine kleine Umbaupause von 5 Minuten und treffen uns dann nochmal zur Flussdiskussion. Und die machen ruhig vorne auf der Bühne zusammen. Okay, bis gleich. Ja, dann willkommen zu unserer Abschlussdiskussion zum Symposium Erfahrungsraum und Provisation. Wir hatten uns ja noch viel vorgenommen, einen großen Begriff eingeführt, den Begriff der Erfahrung und haben versucht, den aus diesem Symposium einfach auch von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Also die Idee am ersten Abend war sozusagen zu hören, was sind die Erfahrungen mit Improvisation direkt von professionellen Künstlern, Künstlerinnen und auch ihre Erfahrungen mit der Weitergabe ihrer Kunst zu thematisieren. Was möchten Sie als Persönlichkeiten im Grunde, wenn Sie Workshops geben, weitergeben an Studierende, an Kinder und so weiter. Dann war es ein besonderes Anliegen, einfach auch mal zu gucken. Wir wissen, was wir hier im Exploratorium machen, aber wir konnten feststellen, dass es eben doch sehr viele Forschungsprojekte auch gibt, die sich international mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Und ich fand es sehr spannend zu sehen, dass alle Forschungsprojekte, die wir eingeladen hatten, eigentlich extrem empirisch gearbeitet haben. Also die waren im Grunde auch keine Theoretiker, die nur Bücher gewälzt haben, haben sie auch. Also sie haben im Grunde alle Fettstilien gemacht und waren, also haben Musikschulen, haben selbst unterrichtet und haben also da versucht, ihre Erfahrungen mit dem Ganzen festzuhalten und zu gucken, was hat eigentlich Imposation für ein Potenzial für Kreativität und ja, was sind die Effekte eigentlich dessen, wenn man so einen Raum für Imposation gestaltet. Ja, das in Verbindung zu setzen mit dem, was wir hier im Exploratorium machen und jetzt eben unter dem besonderen Gesichtspunkt des Jung-Explorations, den Projekten für Kinder und Jugendliche vor allem. Das war eben so die ganze Idee. Ich finde, es ist sehr gut aufgegangen letztendlich. Ich bin sehr glücklich, aus diesen verschiedenen Perspektiven diese spannenden Fragen zu beleuchten, was es eigentlich ist. Und ich denke auch, dass der Begriff der Erfahrung doch eigentlich ziemlich treffend ist, weil das wollen wir. Also wir wollen eigentlich auch in unserer pädagogischen Arbeit, in unserer Vermittlungsarbeit diesen Raum anbieten, in dem Menschen diese Erfahrung machen. Es fielen verschiedene Begriffe, auch gestern, zum Beispiel diese Idee des Safe Space, dass es wirklich möglich ist, sich ohne Leistungsdruck beispielsweise einzufinden. Das ist etwas, was heute auch mehrfach gefallen ist, in den Methodendiskussionen, aber auch in unseren Vorträgen. Und ja, ich fand das also insofern sehr befruchtend zu hören, was die verschiedenen Beiträge waren und dann ist toll, wie wir darüber insgesamt ins Gespräch gekommen sind. Vielleicht machen wir es auch einfach so, dass ihr nochmal beliebig eure Eindrücke schildert, was ihr mitgenommen habt, wo ihr gemerkt habt, das ist toll, irgendwie in Austausch zu gehen, ja, unter diesem Gesichtspunkt. Was können wir als menschliche Wesen, also an Erfahrungen durch Konversationen sammeln, wie können wir das weitergeben und ja, was ist das Potenzial davon. Dann möchte ich nochmal loslegen, ein bisschen resümierend einfach zu den Inhalten, die wir gehört haben. Vielleicht ist die Frage auch ein bisschen pauschal. So, mal so ein kleines bisschen reinzugehen. Ich fand es tatsächlich auch spannend, wie nah die Leute, die in diesen Forschungsprojekten arbeiten, eigentlich mit dem verbunden sind, was wir tatsächlich auch praktisch machen. Und fand es ganz schön, dass die sozusagen etwas aus mehr Abstand machen. Die haben natürlich jetzt nicht die tagtätige Arbeit, die wir haben, sondern machen mal ein Forschungsprojekt an der Schule, ziehen aber dann trotzdem ihre Schlüsse draus, bauen ihre Modelle auf, die ihr doch helfen, eigene Konzepte zu hinterfragen oder auch das zu transportieren. Und das Thema Forschung ist für uns noch immer Öffentlichkeitsarbeit. Ich muss ganz profan sagen, in dem, was in den Musikwissenschaften ankommt, wird es mehr ernst genommen. Was für uns auch wiederum hilfreich sein kann. Und ich war da auch sehr positiv davon angetan, dass das nicht nur theoretisch aus, sondern dass die aus der Praxis kamen und vieles geäußert haben, wo ich sagen kann, ja genau, das ist bei uns eigentlich auch so. Und fand es aber auch schön, dass es jetzt dann nochmal sich konkretisiert hat auf unsere Projekte im Jungen-Explore. Und ich freue mich natürlich total, dass wir so tolle Projekte im Jungen-Explore haben. Nein, ich fand es, das war sehr spannend zu sehen, was wir hier auch anbieten können und dass wir auch wirklich das umsetzen, was die Leute im Grunde genommen, die auf Forschungsebene international agieren, letztlich auch für sinnvoll halten und dann immer da auch versuchen zu erklären. Ich meine, das artiert er sich auch. Und das ist natürlich schön, das war schön, wie sich das so allmählich fokussiert hat. Also von der gröberen Warte jetzt dann bis zur konkreten Praxis mit unterschiedlichen Disziplinen. Also ich fand jetzt nochmal besonders anregend, diesen letzten Part, den du vorgestellt hast, mit den Konzerten, die dann aber übergeführt wurden in kleine Improvisationen der Kinder. Das ist für mich so ein ganz spannendes Thema, was bestimmt auch sehr ausbaufähig ist. Also ich würde nicht sagen, die Improvisation der Kinder, sondern es war eigentlich eine Ende-Explorationsphase. Aber das wäre natürlich tatsächlich, wir haben es tatsächlich anders gemacht. Im Fall von der Schaubühne habe ich morgens einen Workshop gemacht und nachmittags war das Konzert. Man könnte es natürlich jetzt auch umdrehen und sagen, wir machen ein Konzert. Und hinterher kommt noch ein bisschen Workshop-Arbeit. Ich greife das jetzt mal auf, die Idee von dir, und versuche damit noch mehr zu arbeiten. Es gibt Leute, die das so machen. Ich habe mal jemanden da, Dave Duff aus Houston, Texas. Der ist in die Schule gegangen, ein bisschen im Ensemble, dann haben die den vorhyprovisiert, dann haben sie auch schon mit ihm gemacht. Also das ist vielleicht tatsächlich etwas, was man in der Weise auch noch ausbauen könnte. Ich greife das jetzt mal auf als Idee. Ich habe vor allem auch das Gefühl, dass durch die Vielzahlungen an völlig unterschiedlichen Ansätzen, die sich hier jetzt präsentiert haben, die ja doch eine relativ große Überschneidungsfläche auch hatten, gleichzeitig dargestellt haben, dass Improvisation auf der einen Seite viel mit Erfahrung und Machen zu tun hat, auf der anderen Seite der Einstieg überhaupt in dieses ästhetische Feld, von dem man ja sonst auch immer sagen kann, das ist so eine Schwartenerscheinung innerhalb der Musik, das ist was für Spezialisten oder so ein bisschen nerdige Menschen, dass sich letztendlich das Potenzial, das da anschlummert, eigentlich einer relativ großen Allgemeinheit öffnet, sobald man die Möglichkeit gibt, eben nicht nur ein fertiges Produkt zu genießen, also ein Konzert, sage ich, sondern sobald sich diese partizipative Ebene öffnet, haben ganz viele einen total simplen Zugang zu dem Material. Also das haben wir jetzt zum Beispiel auch öfter festgestellt, wenn wir Workshops anbieten, wo Eltern und Kinder mitmachen können. Für die Eltern ist das ja meistens auch eine eher fremde ästhetische Erfahrung, aber dann sitzen die plötzlich halt auch in so einem Karton und sind völlig begeistert, was da für komisch kratzende Geräusche um sie herumspirren. Erstmal eben nicht durch diesen musikalisch-ästhetischen Filter, sondern rein als Welterfahrung. Und dadurch eröffnet sich dann auch vielleicht die Genussmöglichkeit für freie Improvisationen als Musik und auch eine Idee davon, dass man diese Kategorie halt einfach sprengen kann. Das fand ich etwas sehr, sehr spannend, dass sich das hier auch nochmal so dargestellt hat. Ja, ich habe auch nochmal eher vertieft, wie groß die Verbindungen sind, ob ich jetzt nun einen Tanz- oder Bemühungsansatz habe oder ob es von der Musik kommt, dass wir eigentlich das Gleiche möchten oder uns auf einem gemeinsamen Feld bewegen. Und ich habe mich selbst musikalisch schon länger nicht mehr betätigt und mir hat das heute sehr viel Spaß gemacht. Und es war auch nötig, dass wir was getan haben praktisch. Und nicht nur diese Theorien, die wir gestern schon hören haben. Und dass ich euch auch mehr kennengelernt habe. Und ich hoffe, dass ich im Februar wirklich hier arbeiten kann. Der Kurs fängt im Februar an von Brigitte und es gibt schon Anmeldungen und man kann sich immer noch weiter anmelden und es lohnt sich. Das haben wir jetzt heute alle mitgekriegt. Das war die Werbephase. Ich fand es total spannend, nochmal ein bisschen tieferen Einblick zu bekommen in die Klangimprovisation und auch Tanzimprovisation oder Bewegungsimprovisation. Und ich habe jetzt so Gedanken darüber, wie das mit Dingen, wo ich eher vertrauter bin, also so dem Schreiben oder dem, ich sage jetzt mal Theaterimprovisation oder durchaus auch dem Bildhaften, das haben wir ja jetzt am Schluss auch gesehen in der Präsentation, wie dann so Bild und Klang in Dialog getreten sind, und wie halt diese verschiedenen Kunstformen in Dialog treten könnten und wie durch vielleicht so Antwort-Übersetzungsprozesse auch nochmal spannende, intermediale Momente kreiert werden könnten. Also es ist ja immer schwierig dann auch, dass es nicht das eine, sondern das andere einfach nur irgendwie imitiert oder begleitet oder kopiert. Und gleichzeitig denke ich direkt auch, man könnte so ganz coole Sachen machen, wo man irgendwie erst hört, dann schreibt. Und das kann man ja auch mit Zeichnung machen. Und da gibt es irgendwie so total spannende Begegnungsmöglichkeiten, glaube ich, auch zwischen den Küsten. Ich würde jetzt gerne noch mal einen Begriff der Welterfahrung aufnehmen. Vielleicht geht es im Endeffekt auch darum, tatsächlich diese Möglichkeit zu eröffnen. In der Philosophie kommt der Erfahrungsbegriff, ja vor allem von John Dewey. Kunst als Erfahrung ist das große Buch von ihm, was im Grunde so ein, ja eigentlich ein Ausgangspunkt ist sicherlich für viele Kunstrichtungen, die auch die Verbindung von Kunst und Leben ganz entscheidend im 20. Jahrhundert hergestellt haben. Also für Dewey ist sozusagen Kunst, die etwas Fernes und immer etwas, was eigentlich ganz nah am Leben dran ist. Und das ist sehr eng verknüpft mit ihm. Ästhetische Erfahrungen, eigentlich sieht er das Potenzial auch darin, in der Kunst Erfahrungen über Erfahrungen zu machen. Also eigentlich ist die Idee, dass die Kunst einen Raum öffnet, in dem wir sozusagen auch übergeordnete Erfahrungen machen können, die uns eigentlich für das Leben überhaupt in irgendeiner Weise nützlich sind oder bereichern sind für uns. Und ich glaube, da haben wir auch festgestellt, dass Symbolisation oder unsere Arbeit auch ganz entscheidend in so eine Richtung geht. Also in mehrfacher Hinsicht. Gestern fiel zum Beispiel der Begriff des Shared Meaning Makings. Und also da kann man eigentlich auch nochmal bei Dewey zurückgehen. Es geht also auch um die Erfahrung von Kohärenz. Eigentlich geht es darum, Sinnerfahrungen zu machen letztendlich. Und nicht nur die Welt als eine zerklüftete, sinnlose wahrzunehmen, sondern eben zu gucken, wie stellt sich Sinn her. Und gerade die Gruppen-Imposition hat eben dann auch die Möglichkeit, gerade in diesem kollektiven Gestalten dazu, zu genau diesen Erfahrungen zu kommen. Es gibt einen Artikel, den ich jetzt nochmal ganz speziell nennen wollte. Der ist auch in dem Buch, was Goh-Karren Johansson mit rausgegeben hat. Eine der Mitherausgeberinnen ist Christyla Larsson. Und die beschreibt also Improvisation als Raum für Erfahrungen ganz explizit. Deswegen möchte ich das jetzt mal sagen an der Stelle, dass es so deutlich ist. Also, das war in diesem Buch, was Sie zusammen herausgegeben haben. Und Sie benennen eigentlich als wesentliche Kriterien Expressivität, also die Möglichkeit zu lernen, in einem Raum zu sein, sich selber auszudrücken, wirklich mit dem eigenen Körper, mit musikalischen Handlungen tätig zu sein. Also, der nächste ist eigentlich Handlungsmacht, Handlungsbefähigung, Agency of English. Also, es geht eigentlich auch in eine ähnliche Richtung, diese Möglichkeit, selbst zu gestalten, ohne Vorgaben. Bei Goh-Karren Johansson, viele Jahre gibt es Expanded Learnings, dass man also nochmal eigentlich über das Eigentliche, was einem präsentiert wird, hinausgeht. Wie war das nochmal? Die, to go beyond the given war ihre Formulierung dazu. Und das ist, glaube ich, auch dieser explorative Gedanke, den das Exploratorium so sehr pflegt. Und das dritte ist dann Responsiveness, also Responsivität, aufeinander reagieren, aufeinander achten, aufeinander eingehen. Und das sind eigentlich so diese drei Kriterien, die für Sie die Voraussetzungen sind für eine ästhetische Erfahrung. Und das arbeitet Sie eben auch heraus am Beispiel freier Kommunikation. Und ja, da knüpft sich das, glaube ich, das gut an. Also, ich könnte jetzt natürlich nochmal durch vieles durchgehen, was wir in der Kino von Silent Rose gehört haben und aber auch in den anderen Projekten und Vorstellungen gestern. Aber ich hatte das Gefühl, dass da sehr vieles zusammenkommt. Und jetzt auch in euren Vorstellungen, eurer Arbeit, hatte ich immer den Eindruck, dass es noch sehr stark einfach um ähnliche Qualitäten eigentlich geht. Wollt ihr dazu nochmal Erfahrungen schildern? Vielleicht, Julia, das ist ja immer schwierig zu messen, sage ich mal. Laura Navarro-Gamon hat gestern auch ihre Arbeit als Musiklehrerin vorgestellt. Und sie hat ja wirklich versucht, Kriterien aufzustellen, in denen sie wirklich an nicht nur qualitative, sondern auch fast quantitative Daten rankommt. Was sozusagen das eigentlich an positiven Einfluss, an Einfluss für die Kreativität der Kinder hat. So genau brauchen wir es jetzt nicht, aber einfach gibt es Eindrücke, wo ihr das Gefühl habt, dass Kinder und Jugendliche gewachsen sind an dem, was ihr mit ihnen gemacht habt. Ja, es gibt ja unsere Projekte, wir sind ja in manchen Einrichtungen mehrere Jahre hintereinander, wo wir mit kontinuierlich eblichen oder gleichen Konstellationen von Kindern arbeiten. Und wo Kinder dann praktisch in den Genuss kommen, öfter mit uns zu arbeiten. Und wir hatten dort mal, ich weiß nicht, bis jetzt drei, vier Jahre her einen jungen Mann, der von Haus aus eine sehr, sehr laute Stimme hat. Der ist körperlich sehr klein gewesen, war aber extrem laut von der Stimme her. Und in den ersten Jahren waren seine Lieblingsgeräusche immer irgendwo, du hast vorhin den Gong erwähnt, irgendwo ganz laut draufhauen. Und im letzten Jahr kam er immer mit sowas an, wie Plemogilfiguren, wo er die Arme bewegte. Das waren so seine Lieblingsgeräusche. Und das Schöne war gar nicht, dass er diese Plemogilfiguren mitgebracht hat, sondern wir haben am Ende eine Reflexionsrunde gehabt. Und da hat er das thematisiert, dass er über die Jahre eine größere Liebe dazu gewonnen hat, leise Geräusche wirklich wertzuschätzen und dass dieses plötzlich kaum noch Hörbare für ihn jetzt was ganz, ganz Tolles ist und er früher immer laut gewesen wäre. Und diese Reflexion, ich meine, wie gesagt, das ist ein fünfjähriges Kind, fand ich unglaublich toll. Also das hat mich sehr, sehr begeistert und mir auch gezeigt, dass das, was wir machen, ankommt und der richtige Weg ist. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich finde es sehr schwierig, diese Qualität, die die Kinder entwickeln, in der Kreativität zu messen. Und das geht eigentlich nicht. Ich kann auch nur darauf zurückgreifen, dass Eltern mir berichten, wie dieses kreative Handeln so im Alltag sich auswirkt. Und wo Eltern dann auch meinen, dass sogar eine Stunde in der Woche eine sehr große Auswirkung haben kann. Das kommt nicht bei allen Kindern gleich an. Und gleichzeitig gibt es ja auch so etwas wie ein Körpergedächtnis, wo die Erfahrungen drinnen sind. Die können wir einfach nur nicht sehen. Die sind aber da. Und damit muss ich mich eigentlich zufrieden geben. Das ist vollkommen richtig, dass es schwer messbar ist. Aber man hat ja manchmal einfach so einen Eindruck oder Berichte darüber, was vielleicht passiert ist. Es ist auch schwierig, immer so einen direkten Pautal herzustellen. Aber man bekommt ja irgendwie in der langjährigen Arbeit doch ein Gefühl dafür, für entsprechende Prozesse. Also, ich bin so ein kleines bisschen skeptisch gegenüber dieser Diskussion über Transfereffekte. Ich glaube, die sind extrem unterschiedlich. Ich stelle fest, es gibt Leute, die zum Beispiel, ich denke jetzt gerade auch an Erwachsene, können wir auch mit einbeziehen in die Arbeit, die, also das Improvisieren ist ja etwas sehr Kommunikatives. Und ich kenne Erwachsene, denen das geholfen hat, beim Kommunizieren, die durchaus da auch gelernt haben draus. Und ich kenne Leute, die in der Musik wunderbar kommunizieren können, aber sie hat die Musik nach wie vor nicht. Und wo sozusagen die Musik der Raum ist, wo sie kommunizieren können. Das kann man sagen, ist auch schon ein Gewinn. Aber ich wäre vorsichtig, das in den Transfereffekten zu messen. Ich bin auch vor allen Dingen deswegen vorsichtig, weil es so Mode geworden ist, zu sagen, wir brauchen ganz dringend Musikunterricht. Nicht die Musiker, die das sagen. Wir brauchen ganz dringend Unterricht, weil das tut den Kindern gut, weil dann, und dann kommt immer noch die Sprachentwicklung, und die weiß der Kuckuck noch, und was noch alles ist. Also, als wäre Musik so eine Art Medikament, was man gibt, und dann werden bessere Menschen draus. Und da müssen wir echt Acht geben, das ist so ein bisschen eine etwas popularistische Art, manchmal Musik anzupreisen, wo ich denke, da begeben wir uns total aufs Glatteis. Ich glaube, wir müssen darauf insistieren, dass eine ästhetische Erfahrung an sich einen ganz wichtigen Wert hat. Und das völlig in Ordnung ist, wenn Kinder einfach nur ästhetische Erfahrungen machen. Also, wenn sie wachsen, ist wunderbar. Aber auch wenn sie nicht wachsen würden, haben sie das Recht dazu, eine ästhetische Erfahrung zu machen. Und für mich ist es, als du das vorhin sagtest, mit der Frage, wo Kinder gewachsen sind, ich habe ein Bild im Kopf, was in unserem Buch ist, über unser Schulprojekt. Ich habe da in einem Schulprojekt selber mitgemacht, das war eine erste, zweite Klasse. Und da ist ein Mädchen, was am Anfang also völlig desinteressiert war und nur umkasperte. Und ich habe dann plötzlich entdeckt, wir haben ein Foto von ihr, wo sie am Ende des Schuljahres hingebungsvoll ein Instrument in der Hand hat, die Augen schließt und hingebungsvoll sich diesem Instrument widmet. Und dann habe ich gedacht, das finde ich jetzt richtig toll. Also, es reicht mir, wenn es eine ästhetische Erfahrung ist. Und es findet mit Sicherheit ganz viel an Wachstum statt. Aber ich sage einfach, lasst uns vorsichtig sein, weil wir schneiden uns unter Umständen selber ins eigene Fleisch, wenn Musik plötzlich dazu da ist, für was anderes. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir darauf insistieren, dass ästhetische Erfahrung einen eigenen Wert hat. Das ist im Tanz, sage ich mal, genauso. Und wir wurden auch instrumentalisiert, dass es hieß, wenn Kinder rückwärts gehen können, dann können sie besser Mathematik, das finde ich eben auch, furchtbar. Jetzt wird es stimmen, heute. Ja, ich würde mich, glaube ich, anschließen. Ich finde auch, also auf der einen Seite gibt es sicherlich Effekte, oder es ist ja auch immer wieder dann die Frage, was ist die Rolle der Kunst in der Gesellschaft und irgendwie ästhetische Praxis oder auch Kreativität im Allgemeinen. Natürlich gibt es da positive Auswirkungen und das hat irgendwie auch eine Wichtigkeit fürs Zusammenleben und für vielleicht auch so persönliche Entwicklung. Aber heutzutage, finde ich, wird das extrem instrumentalisiert. Selbst wenn es nur darum geht, dass es irgendeine Verbesserung in irgendeiner Form geht, von einem Zustand, den wir als besser als den zuvor und zuvorigen erachten. Und im Endeffekt glaube ich auch immer wieder, es sollte auch einfach eine Legitimation geben dafür, dass Dinge einfach, wenn sie Freude machen, vollkommen wertvoll sind. Und es gibt dann, glaube ich, diesen Moment am Schluss von der Werkstatt oder von der Werkstattwoche, wenn Kinder oder Jugendliche dann rausgehen und ich merke, denen geht es einfach gut. Also das sind dann so ganz subjektive, emotionale Dinge, aber dass die vielleicht irgendwie lachen oder belebt rausrennen oder irgendwie so ein leuchtenden Augen haben oder nochmal kommen und sagen, das war so toll, danke. Das ist, glaube ich, also das ist, finde ich, dann eigentlich der Moment, wo ich denke, ah, das hatten wir jetzt irgendwie erfolgreich, da ist ein Funke übergebracht worden. Oder auch wenn, man merkt, die sind so eine Begeisterung gekommen, zum Beispiel mit ihrem Text, sie haben so gemerkt, ah, jetzt habe ich deine Geschichte erzählt und ich hätte Spaß gemacht und den anderen hat es auch Spaß gemacht und dann, ja, finde ich, das ist wirklich schön. Ich denke, dass es total wichtig ist, Kindern oder auch Eltern und Jugendlichen immer wieder so Möglichkeiten zu geben, irgendwas zu tun und es ist auch ganz oft so, dass in bestimmten Zeitpunkten irgendwas gerade nötig ist und wenn sich dann ein Angebot ergibt, dann ist es eigentlich egal, ob das jetzt ein Literaturangebot ist oder Theater oder Musik oder was Plastisches, aber was ich sagen kann, was wir auf jeden Fall in unseren Kindergarten-Workshops hatten, dass es eben zum Beispiel Kinder gab, die hatten sich bis dahin, also bis sie fünf Jahre alt waren, jeglichen Gruppenprozessen entzogen, also jeglichen. Es gab keinen vernünftigen Grund, denn diese Kinder hatten einzelne Freunde, diese Kinder waren lebhaft, sie haben Dinge getan, aber wollten halt einfach nicht total attraktive Angebote mitmachen. Also das Mitmachen war schwierig und da hatten wir eben auch Fälle, dass plötzlich bei diesem Kind, diesem einen Kind, das ich schon entzogen hatte, dieses mit den Geräuschen oder das Miteinander so attraktiv war, dass sozusagen das erste Mal sowas überhaupt mitgemacht hat. Also da waren Fremde gekommen, die dieses Kind vorher überhaupt nicht kannten und hinterher waren alle so gerührt, dass so einen Tag die Mutter heimlich in die Kita geschlichen ist und hinter der Tür gelauscht hat, um das wirklich zu erleben, dass ihr Kind das erste Mal wirklich freiwillig mit großer Begeisterung mitgemacht hat. Und dann ist es im Prinzip egal, welche der Künste es ist, jedes Kind hat Zeitfenster, die gehen mal auf und zu und irgendwann war irgendwas nötig und das ist zum Glück passiert. Deswegen kann man da auch gar nicht von der Instrumentalisierung von irgendeiner Kunst sprechen, sondern das ist ein Bedürfnis. Diese Angebote müssen da sein, damit Dinge passieren. Ja, ich denke, ihr habt das eigentlich auch alle meine Frage beantwortet eigentlich. Für uns ist natürlich Improvisation und die Musik, der Tanz, das ist ja erstmal ein ästhetischer Selbstzweck. Also wir tun das ja erstmal nicht mit der Motivation, damit irgendwas erreichen zu wollen. Das ist einfach das, was es ist. Es ist einfach Kunst und es macht Freude. Es wurden jetzt verschiedene Sachen genannt. Und ja, wenn es natürlich diese etwas absurde Kausalität gibt, die dann hergestellt wird, Musik macht schlau und so weiter, wenn es diese Instrumentalisierungstendenzen gibt. Und also das darf man ja alles machen, nur in dem Moment, wo sozusagen eigentlich die eigene Kunstausflügung nur noch nicht zu zweck ist und dann eben nicht mehr an sich im Selbstwert ist, dann wird es sozusagen problematisch. Aber das Ganze ist natürlich eine Gratwanderung. Also ich glaube, da stecken auch viele gute Intentionen eigentlich dahinter, dass man ja im Grunde auch dann die Kunst dadurch versucht aufzuwerten und so weiter. Das ist ja auch kulturpolitisch dann vielleicht eine bestimmte Strategie und so weiter. Aber natürlich ist die Instrumentalisierung schwierig, wenn es eigentlich weggeht von dem, was es eigentlich ist. Ja, aber das waren auch wieder einige Punkte, die genau eigentlich darauf rausgelaufen sind, was eigentlich das Potenzial dieser Erfahrung der Kunst selbst ist. Das würde ich doch ganz gerne noch etwas ergänzen. Wir haben ja die Projekte des Jugend-Explorium in den Vordergrund gestellt. Das ist ja im Exploratorium eigentlich noch eine ziemlich neue Abteilung. Wir beschäftigen sie seit vielen, 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 vielen Jahren mit Erwachsenerbildung und haben die Erwachsenen mit drin. Und das will ich auch einfach nochmal sagen, das, was wir machen, ist eigentlich etwas, was alle Altersgruppen betrifft. Wir haben jetzt hier die Leute eingeladen, die mit Kindern arbeiten, aber gerade für Erwachsene ist es zum Teil sehr wichtig. Und mir will es gerade auch, als Matthias diese Dinge aufzählte, für Erwachsene gibt es dann auch ganz andere Dinge. Wir haben Leute, die als Jugendliche ihr Musikinstrument gelernt haben, die haben bei Jugendmusizier teilgenommen und irgendwann hatten sie einfach die Schnauze voll von dieser Art von Kulturbetrieb, wo es immer nur darum geht, Leistung zu erbringen und unbedingt mit Disziplin ran und dranbleiben und ohne Fleiß keinen Preis und Fleiß der Kogu weiß nicht, da wollten sie aber keinen Preis. Die wollten eigentlich Musik machen, was sie erfüllt und nicht eine Musik, wo man irgendwelchen Leistungsanforderungen entspricht. Und deswegen haben sie ihre Querflöte verkauft und in die Ecke geschmissen oder sonst was und haben jahrelang keine Musik mehr gemacht. Und irgendwann tauchen die bei uns auf und sagen, hey, bei euch macht die Musik Spaß. Ich muss immer auch keine Leistungsanforderungen erfüllen, sondern, was ja nicht heißt, dass das nicht auf einem hohen Leistungslevel stattfinden kann, aber es ist eben nicht dieses, du musst aber und da und was da noch alles dahinter steckt. Und dieses lustvoll an Künste ranbinden, als Ansatz einfach zu leben, das finde ich wahnsinnig wichtig. Und das ist für unglaublich viele Erwachsene, war das ein neuer Einstieg. Leute, die wirklich die Musik hinter sich gelassen haben, auch einschließlich Leute, die im Orchester gespielt haben und sagten, geht nicht mehr, also Musik als Beruf und das hat mir mal Spaß gemacht und jetzt ist es schrecklich. Und wieder einen neuen Zugang zu finden, der über einen selbst geht, wo spiele ich eigentlich eine Rolle in der Musik? Muss ich immer nur das abdödeln, was ich jetzt schon ein hundertmal gespielt habe? Nee, ich will was machen, was wirklich mit mir zu tun hat. Und ja, das wollte ich jetzt einfach nochmal betonen, weil wir die ganze Wochenende über Kinder geredet haben. Ja, für die Erwachsenen gibt es letztlich auch. Es war uns wichtig, weil es das Imperatorium tatsächlich eher neu ist, mit Kindern zu verarbeiten und wir uns darüber freuen, dass wir da gerade einen schönen Einstieg gefunden haben. Aber die Arbeit mit Erwachsenen ist ja auch so, dass die sogenannte allgemeine Musikpädagogik oder elementare Musikpädagogik mittlerweile sich nicht mehr auf die Arbeit mit Kindern beschränkt, sondern die ganzen Altersgruppen durchmachen. Und was wir machen, ist eigentlich elementare Musikpädagogik im besten Sinn. Also ich verstehe mich definitiv so. Das ist elementar und wir, also nicht nur Musik, natürlich die anderen Künstler, ihr seid hier, ihr verträgt die anderen Künstler, aber jetzt für mich das Musiker. Es ist absolut elementar und es ist für alle Altersgruppen zugänglich und es ist eine Art, sofort musikalisch zu agieren. Und nicht zu sagen, ja bitte, jetzt musst du erst mal fünf Jahre Skalen lernen und dann nochmal Harmonische Mathe und dann darfst du auch improvisieren, sondern wir fangen sofort an, wir befassen uns mit musikalischer Gestaltung und wir fassen uns aber auch mit dem Erleben von Musik und mit dem Lauschen und mit dem, wie erleben wir das Lauschen. Und ja, das Erfahrungsraum ist vielleicht der Überbegriff, aber in den ganzen Details, Musik wirklich als Erlebnis zu empfinden und nicht als etwas, wo man erst mal unglaublich viele Dinge lernen muss, vom Noten lesen, ganz zu schweigen und an diese Fingern machen und was. Das geht jetzt irgendwie, das kriege ich nicht hin, muss ich jetzt wieder üben, über Bord werfen. Das kann dann machen, wer Lust hat, kann das, kann das, kann da rangehen, wie er oder sie will. Aber wer sagt, ah nee, übe ich nicht, ich möchte, ich genieße das einfach einmal die Woche mit anderen Leuten zusammen zu kommen, mit denen Musik zu machen und ich habe da Leute bei mir in den Ensembles, sie gehen dann an den Papierkorb und schieben den am Papierkorb und ratschen an der Einzug oder sowas. Müssen sie alles nicht üben, machen sie in dem Moment und es gibt, der ganze Raum ist voller Klänge und die haben dann vielleicht trotzdem ein paar andere Instrumente. Es ist nicht alle möglich und dieser unmittelbare Zugang zur Musik, das ist glaube ich das, was für mich ein ganz zentrales Alter ist für alle, das ist gut. Ich fand das tatsächlich eine total gelungene Mischung, also noch eine, dass es diese Forschungspräsentation gab und das theoretische Nachdenken, das Reflektieren über das eigene Arbeiten, aber auch diese Ausprobierphasen, die fand ich total gut in Kombination und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, die hätten auch alle immer länger dauern können, wir hätten dann immer noch eine Stunde weitermachen können und der Austausch ging ja auch in allen Pausen immer sehr lebhaft weiter. Ich finde, das sollten wir unbedingt daran anknüpfen und schauen, was sich daraus auch noch an Ideen oder Zusammenarbeiten entwickelt. Ich will noch einen Quellenhinweis loswerden. Ich habe heute Morgen was vergessen und ich glaube, Stefan wäre es wichtig, dass ich das erwähne. Drei seiner Instrumente stammen nicht von ihm, sondern die sind aus dem Instrumentarium von Maurizio Karel, diesem Komponisten, der sich auf experimentelles Musiktheater spezialisiert hat und ihr merkt schon, das sind diese theatralischen Sachen, also dieser Klo, wie heißen die Pömpel oder wie heißen die eigentlich? Das ist der Flopstock. Nee? Das ist der Flopstock. Der Flopstock? Ah, gut, der Flopstock und dieser wunderbare Klingelstock. Und dieser Molzinatschen, mit dem man dann auf besondere Weise durch den Raum läuft. Also insofern, da ist es ja auch nochmal ganz nett zu sehen, dass die Komponisten und wir, also gerade jetzt spielerische Komponisten sind die Kale, das wird ja auch noch viel Anknüpfen gemacht. Aber das ist mir wichtig, dass jetzt, ich glaube, Stefan wäre auch unglücklich, wenn jetzt das so rausgebe, als wäre das seine Empfehlung. Sind sie nicht, er hat ihn nachgebaut, weil er es auch toll findet und weil dieses Instrumentarium von Karel auch was ist, was sich lohnt damals, sich damit genauer zu beschäftigen, der hatte sehr witziges Handeln. Wollen wir dem Tag ein Ende geben? Ja, dann bedanke ich dich, Behalten, dass ihr da wart. Ja, ich auch. Und das war ein spannender Austausch. Matthias, kommst du jetzt auch nochmal? Ja, Thema. Ich bin hier nochmal mit ins Schluss. Ja, finde ich auch richtig. Ja, also jetzt nochmal, Matthias war derjenige, der das Ganze in die Wege geleitet hat. Da bin ich dir auch sehr dankbar dafür. Er machte diese Supposchen, die eigentlich so ganz unterschiedliche Themen stattfinden. Und hat eben, weil wir mal wieder dachten, wir müssen die Dinge auch ziehen, wird es doch erst ein Jahr später, aber gut, egal. Weil der Anlass war trotzdem natürlich, sagt er, komm, jetzt lass uns nochmal diese Arbeit reflektieren und das Jure Expo soll dir da mal vorkommen. Und das war eine super Idee und ich finde, die, die, so, du hast ja letztlich das Großkonzept auch entwickelt, ist sehr schön aufgegangen. Und ich habe es sehr genossen, dass ihr alle da wart und eure Expertise eingebracht habt und wir gestern die Expertise vergrößt hatten. Und in diesem Sinne, vielen Dank an alle. Danke für die Männer. Danke, dass du da reindorfen. Ja, und auch ein Dankeschön von mir an euch alle, auch an alle anderen, die beteiligt waren am Symposium von Freitag bis Sonntag. Und natürlich ganz besonders an Ursula und Matthias, dass wir das hier zusammen machen konnten. Wunderbar. Gut, dann wünschen wir uns allen einen schönen Rest Sonntag und treffen uns spätestens zum Livestream, zum Symposium im nächsten Jahr. Also das Symposium findet einmal jetzt, das muss eigentlich du jetzt sagen. Ja, genau. Normalerweise ist Ende Januar immer das Symposium, das letzte war Mitte August, durch Verschiebung. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir in einem Jahr wieder ein Symposium machen. Kommt vielleicht auch darauf an, wie das mit dem Umzug ist. Es wird immer noch in diesen Räumen sein, wir schaffen das nicht immer da. Aber im Laufe des nächsten Jahres sieht es so aus im Moment, als würden wir dann ein Symposium machen. Schön. Passt dann. Ja. Ja. Vielen Dank.